Jahre lang befreundet, ohne Verdacht Jahre lang gewusst, was der andere mag Jeden Tag geschrieben, telefoniert Auf einmal sagst du Danke, ich hab genug von dir Wie soll ich das verstehen? Wie soll es mir jetzt gehen? Und was soll ich glauben? Öffne mir die Augen Ich hab's nicht kapiert, warum ich dich verliere Hab's nicht verstanden, warum du andere Wege wählst Irgendwas scheint anders zu ticken in deinem Kopf Warum hast du die SMS und Anrufe geblockt Keine Geduld auf Erklärungen zu warten Keine Kraft was Neues zu starten Keine Chance dich anzusehen Keine Möglichkeit dir aus dem Wege zu gehen Wie soll ich das verstehen? Wie soll es mir jetzt gehen? Und was soll ich glauben? Öffne mir die Augen Wie soll ich dich verliere? Ich hab's nicht verliere, wie soll ich das sehen?